Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98. Welchen Spieler findest du besser? Ja, liebe Fußballfreunde, heute müsst ihr entscheiden, welchen Fußballer ihr besser findet. Spieler gegen Spieler, Torwart gegen Torwart, Stürmer gegen Stürmer. Schreibt deine Favoriten in die Kommentare, dann viel Spaß mit der Fußball-Challenge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, liebe Fußballfreunde, hat's euch Spaß gemacht. Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt. Schreibt deine Favoriten in die Kommentare. Ich danke für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Gaming. Dann verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann, viel Spaß noch. Tschüss.